Ja, willkommen zurück. Wir sehen uns diesmal Saustall von Michael Rienek an. Letzterer war zuletzt verantwortlich für zum Beispiel das großartige Die Tore der Welt bei Kosmos. Das muss einfach gut sein. Ja, Saustall, was ist das? Das ist die Brettspielumsetzung des allseits bekannten Kommissar Kluftinger. Ja, mich persönlich, also ich kenne mich, aber offenbar aus einer Buchreihe und bestimmt bald auch überall auf Video, irgendein Kommissar, der auf eine witzige und bodenständige deutsche Art Fälle im Allgäu löst. Ja, so war natürlich auch das Spiel. Das ist ein Klinikspiel, eine Sache, die wir relativ selten immer noch gesehen haben. Und da gibt es natürlich wieder das Übliche, irgendwelche Verdächtigen, man muss Alibis mit Zeugenaussagen überprüfen und Motive kann man da verteilen und alles so was. Also muss man gucken. Am Ende möchte man natürlich die meisten Punkte gemacht haben, am meisten reduziert haben die und am Ende die Mitspieler mit Genialität übertrumpfen. Wir schauen mal rein, wie das Ganze läuft und ob es sich an und wie spielst. So, ein kleiner Ausschnitt aus dem Spielmaterial. Spielmaterial. Spielidee ist grundsätzlich folgende. Wir haben hier einen Personenkreis aus ganz verschiedenen Personen, die unterschieden werden erstmal im Geschlecht, also männlich-weiblich. Wir haben hier die Möglichkeit, ein Motiv noch zuzuweisen und wir haben ein bestimmtes Indiz, ein Beweisstück, welches in dieser Person direkt assoziiert wird. So, diese Personen werden im Spielverlauf an verschiedene Örtlichkeiten angelegt, wie zum Beispiel hier den Golfclub, das Schützenvereinsfest, Schützenhof, wir haben ein Schwimmbad, eine Seilbahn, wie auch immer. Und am Ende des Spiels sind wirklich alle Personen hier verteilt. Jeder hat seinen gewissen Ort. Dann bekommt jeder auch noch ein Motiv zugewiesen, zum Beispiel ein Eifersucht habt ihr oder sowas. Und es werden noch Zeugenaussagen überprüft. Und zwar bei jedem Ort gibt es noch einen Zeugen, der eine Aussage treffen kann. Und zwar entweder sagt er Mann oder er sagt Frau. Und je nachdem kann man dann ein Alibi überprüfen der jeweiligen Person. Das funktioniert so, wenn ich jetzt hier einen Mann dran gelegt habe oben und der Zeuge trifft die Aussage Mann, mit dem Aussage hier hingelegt. Dann hätten wir ein Alibi. Das muss man sich so vorstellen. Der nutzt hier, sagt das Alibi, hey, ich war doch im Schützenverein. Dann fragt man den Zeugen und der sagt, ja, da war ein Mann. Aha. Dann reicht das schon, sehr simpel, aber sehr gut, dass man hier jetzt weiß, der ist sicher. Der kommt nicht mehr in Frage. Genauso funktioniert es wie bei Frau, wenn dann die Aussage Frau getroffen wird. Ein Problem haben wir nur, wenn sich das widerspricht. Wenn jetzt zum Beispiel ein Mann liegt und da liegt jetzt die Aussage Frau oder eine Frau und wir haben die Aussage Mann. Dann ist das potenziell ein Verdächtiger, der in Frage kommt. Ganz bei Spielende würde man dann gucken, gibt es überhaupt irgendeinen Widerspruch. Ansonsten haben wir einen Unfall, ist aber sehr unwahrscheinlich. Ansonsten haben wir einen Täterkreis, also nur die, wo es sich widerspricht. Und dann würde hier aus dem Labor, dort liegen nämlich die einzelnen Indizien drin, die direkt mit den Personen auch assoziiert sind, die würden aufgedeckt. Und zwar so lange, bis ein Indiz aufgedeckt wird, wo es kein sicheres Alibi gibt. Zum Beispiel jetzt ist die 5O, die ist sicher. Feuerzeug, oha, Feuerzeug, da widerspricht es sich. Dann haben wir jetzt unseren Täter. Das ist letztendlich der Täter, der schuldig ist. So funktioniert das Spielsystem. Die Spieler selbst versuchen jetzt, auf dieses Spielende hinzuarbeiten. Man sieht schon, das Spiel läuft irgendwie von hinten nach vorne. Es ist von Anfang an nicht festgelegt, wer der Täter ist, was für ein Motiv der hat oder an welchem Ort usw. Sondern das wird ja erst während des Spiels entschieden. Die Spieler müssen allerdings hier von Anfang an schon drei solche Plättchen beiseite legen, womit sie eine erste Annahme festlegen. Und zwar auf diesen Plättchen wird jetzt auch festgelegt, Mann oder Frau, die einzelnen wirklichen Personen oder ein Unfall, die Motive. Und drei davon muss man erstmal hinlegen. Und am Ende werden diese drei zu Rate gezogen und überprüft, was hat man so gesagt, um nachher Punkte zu machen. Was stimmt damit mit dem tatsächlichen Täter, Motiv usw. überein? Hier können ruhig drei Personen liegen. Das ist egal. Man muss sich das nur so vorstellen. Wenn man drei Personen da liegen hat, ist es recht einfach, am Ende die richtige Person zu treffen und darüber Punkte zu machen. Also man geht auf Nummer sicher. Am Ende wird das alles bewertet. Richtiges Motiv gibt so und zu viele Punkte. Richtige Person gibt so und zu viele Punkte. Wenn man jetzt, dann ist es relativ sicher. Aber man hat halt keine Chancen gegen einen Spieler, der mehr im Risiko eingeht oder einfach besser in diesem Spiel ist, besser nachdenkt, das besser hinbekommen hat. Wer vielleicht in einem Plättchen Person schon eine wichtige Person erkannt hat, aber gleichzeitig auch noch das Geschlecht und am besten das Motiv erkannt hat. So kann man da verschieden und noch risikoreich an dieses Spiel herangehen und versuchen, Punkte zu machen. Man sieht aber, es gibt insgesamt eine ganze Menge Plättchen, wo man jetzt drei aussuchen muss. Was passiert mit den anderen? Die Idee ist, man kann hier grundsätzlich diese Plättchen auch gleich nochmal austauschen. Das werden wir sehen. Beziehungsweise nach jeder Spielrunde rückt dieses Auto hier voran. Auf den Feldern sind solche Symbole abgebildet, die bedeuten, dass man jetzt Sachen ausschließen muss. Das bedeutet, man nimmt diese Plättchen und legt die hier nach hinter. Ganz aus dem Spiel kommen sie. Auf die kann man auch nicht mehr zugreifen. Das geht relativ schnell und am Ende hat man eben alles ausgeschlossen. Dann bleiben nur noch diese drei über. Das große Problem, das geht so schnell, dass man manche Sachen noch gar nicht sicher sagen kann. Man muss hier also Sachen ausschließen, obwohl man sich noch gar nicht sicher ist. Dabei gibt es einen kleinen Tipp. Einen so einen Indiz hat man von Anfang an schon. Also das kann man wirklich ausschließen, da ja nur das Labor zu Rate gezogen wird. Also alles, was hier außerhalb des Spiels liegt, kommt ja nicht mehr in Frage. Also einen kleinen Tipp gibt es schon. Aber man muss tatsächlich hier Sachen ausschließen auf gut Glück. Ein bisschen auf Vorausplanung, ein bisschen an den Karten gucken, was könnte so passieren. Man muss das Spiel dann leiten, da man es eben nicht sicher sagen kann. Muss man schon probieren, das Spiel so zu leiten, dass man dann auf die Sachen, die man noch zur Auswahl hat oder die, die hier vorne liegen, am besten irgendwie hinkommt. Also von hinten nach vorne spielen. So, das Spiel funktioniert dann letztendlich so, dass man einfach immer drei Handkarten auf der Hand hat. Man spielt eine aus, grundsätzlich, reihum und dann läuft das Auto weiter nächste Runde. Total simpel. Kann man auch anpassen an andere Spielerzahlen. Das Spiel zu zweit würde jeder zweimal dran kommen, weil man keinen Spielplan umdreht, für eine andere Aufteilung der Symbole. Aber im Großen und Ganzen läuft das recht ähnlich. Da gibt es jetzt ganz verschiedene Karten, die man so spielen kann. Angefangen geht es jetzt mit der Karte Alibi. Mit der Alibi-Karte, da ist ein Ort drauf abgebildet, hier jetzt diese Seilbahn. Und ich kann jetzt eine beliebige Person an die Seilbahn nehmen. Mann oder Frau ist egal. Zum Beispiel so. Zack. Das ist die Alibi-Karte. Fertig. Weiter geht es jetzt mit der Motivkarte. Die gibt ein Motiv vor, in diesem Fall Eifersucht. Und ist blau oder rot. Und das bedeutet Mann oder Frau. Ich muss also genau gucken. In diesem Fall habe ich blaue Eifersucht. Das bedeutet, ich nehme Eifersucht und lege das auf einen Mann drauf. Das kann jetzt hier sein. Also hier unten, wo das schon anliegt. Oder einfach auch so schon mal vorher. Zum Beispiel lege ich die Eifersucht jetzt hier drauf. So, fertig. Dann kommen wir zu etwas Spannendes. Und zwar haben wir Zeugenaussagen. Dort gibt es aber pro Ort gleich zwei Karten. Dort gibt es einen kleinen Kniff. Denn dort ist entscheidend, in welcher Reihenfolge die Karten ausgespielt werden. Wir sind jetzt hier bei der Seilbahn. Der erste Spieler, der jetzt die Karte ausspielt, der muss die Aussage legen. Zum Beispiel lege ich jetzt hier diese Karte als erster. Da steht Frau drauf. Damit lege ich die Aussage Frau entsprechend dorthin. Fertig. Der Spieler, der aber die Karte als zweite spielt, da ist ja jetzt schon die Aussage getroffen. Der benutzt die Aktion. Also da kommen Sie direkt auf die Reihenfolge. Eine zweite Karte nutzt nicht die Zeugenaussage, sondern die Aktion, die einem Sonderfähigkeiten einbringt. Es gibt eine andere Karte, die Lodenbacher Karte. Die ist nur viermal im Spiel. Lodenbacher, weil das ist Dieter Lodenbacher, der Leiter der Polizeidirektion. Dort gibt es auch eine Sonderaktion. Und da gibt es extra nochmal Plätze, wo man Sonderaktionen ausfüllen kann, ohne vorher auf so eine Zeugenaussage zu warten. Also was sind das überhaupt für Aktionen? Je nachdem, ob man eine Lodenbacher Aktion hat oder eine normale Aktion. Da gibt es grün oder braunes Plättchen. Und die legt man dann auf freie, noch verfügbare Felder hier auf diesem Spielplan. Hier haben wir ein Polizeipräsidium, beziehungsweise so eine Kapelle. Die Kapelle ermöglicht es mir, so einen Kettenab abzuwerfen. Da gibt es am Ende Minuspunkte. Den möchte ich also nicht haben. Was der genau bringt, sehen wir gleich nochmal. Hier haben wir das Polizeirevier. Wenn ich hier reinlege eine Aktion, habe ich die Möglichkeit, mir das oberste Indiz anzusehen und unten drunter zu legen, was mir gewisse Vorteile bringen kann. Hier bei der Teambesprechung darf ich bei den Mitspielern mal hier drunter gucken und mir ein entsprechendes Indiz ansehen, was natürlich eine super Information ist. Und hier schließlich, sehr wichtig, Büroarbeit, kann ich ein Plättchen hier, was noch zur Verfügung ist, was ich noch nicht ausgeschlossen habe, hier tauschen mit meiner Auslage. Um so natürlich meine Musikbedingungen wieder an den Spielverlauf anzupassen. Natürlich relativ selten auch die Aktion. Ja, das ist im Großen und Ganzen alles. Jetzt noch zu diesen Fettnäpfen. Das ist erstmal so gedacht, dass man hier verschiedene Verpflichtungen hat. Tanzkurs oder dein Handy klingelt mit einem kleinen Text dabei, der für das Spiel irrelevant ist. Das ist einfach nur Atmosphäre. Und wenn ein Spieler jetzt eine Aktionskarte spielt, zack, dann kann ich sagen, hey, denk doch mal an deine Verpflichtung, dein Handy klingelt. Dann hat der Spieler, der die Karte gespielt hat, zwei Möglichkeiten zur Auswahl. Aber entweder er sagt, oh ja, du hast recht, ich gehe meiner Verpflichtung besser nach. Dann kommt das einfach aus dem Spiel. Keine Minuspunkte, fertig. Dafür kann aber jetzt der andere Spieler übernehmen. Der sagt, naja gut, du hast eine Verpflichtung, dann übernehme ich mal schnell für dich den Fall. Und er kann jetzt diese Karte ausspielen, die Aktion ausführen oder auch hier die Karte anlegen. Also für sich den Vorteil nutzen. Das ist natürlich dann taktisch auch, dass man seinen Siegbedingungen näher kommen kann. Oder der Spieler sagt, nee, nee, das ist mir so wichtig, ich mache das nicht. Ich gehe der Verpflichtung nicht nach. Dann tritt er, aha, ins Fettnäpfchen. Und darum die Fettnäpfchen. Das ist doch wirklich eine schöne Idee, oder? Das ist doch witzig. So, und damit hat er dann ein Fettnäpfchen, muss das Problem wieder loszuwerden und die Minuspunkte nicht zu kassieren. Das ist alles. Also das Spiel läuft über ein paar Runden, bis man wirklich alles ausgeschlossen hat. Wenn man hinten ankommt, dann kann man nochmal einen Fettnapf loswerden oder nochmal tauschen. Dann wird aufgedeckt hier, welche Verdächtigen haben wir überhaupt welche. Wer ist es? Zack. Und dann guckt man, wer hat jetzt wie viele Punkte nach einem bestimmten Raster gemacht. Und wer die meisten hat, der gewinnt. Aber das ist er natürlich nicht. Ja, also das hört sich doch, würde ich sagen, ziemlich vielversprechend an, oder nicht? Also ich war am Anfang ziemlich, ziemlich begeistert, wie dieser Spielmechanismus grundsätzlich funktioniert. Es ist eine schöne Herangehensweise, das Ganze hier mal von hinten zu machen. Dass am Anfang eigentlich noch gar nichts feststeht. Das ist zwar unlogisch, dass ein Mord begangen wurde und man sich das erst während des Spiels zurechtlegt. Ist aber nicht schlimm. Das macht wieder das Spiel aus und das macht unwahrscheinlich viel Spaß. Also die Idee ist einfach super. Aber auch, dass man dann hier von Anfang an sich drei Sachen hinlegen muss. Man kann da eigentlich taktisch nichts sagen. Man legt sich einfach erst mal drei Stück hin und muss dann auch diese hinspielen. Man hat nicht so viele Möglichkeiten, das zu tauschen. Man muss sogar Sachen ausschließen und das häufig, obwohl man das noch gar nicht sicher sagen kann. Ab und zu kann man was sicher sagen, wenn man es richtig macht. Aber häufig muss man Sachen so weglegen und dann wirklich gucken, dass man das Spiel so biegt, das so ausspielt, dass man möglichst am Ende möglichst viele Punkte macht. Das ist natürlich eine schöne Herangehensweise, wirklich schön hinterher. Das Ganze wird unterstützt durch ein schönes Thema. Ich kannte jetzt den Kommissar nicht, aber durch die Anleitung wird mir das ein bisschen klar, dass das so ein bisschen witzig ist, bodenständig. Ist ganz nett, haut dann jetzt nicht um, aber ist thematisch einfach ganz schön aufgemacht. Vom Material her auch. Auch die Idee hier mit dem Fettnapf finde ich witzig. Passt dann sicherlich auch zur Serie von den Texten her. Ist auch eine nette Idee, wie man diesen Ausspielmechanismus noch ein bisschen beeinflussen kann. Grundsätzlich das Material ist eben auch sehr schön und haltbar. Sehr schöne Karten. Das Ganze sieht vielleicht ein bisschen trist, würde ich fast sagen, aus. Ein bisschen sehr ländlich deutsch. Also ich finde, das hätte man ein bisschen noch bunter machen können oder noch ernster, weiß ich nicht. Aber im Großen und Ganzen ist das schon echt in Ordnung. Dann zum Spiel selber. Durch die Anleitung findet man sehr schön Reihen. Die ist auch sehr cool, denn das Spiel ist wirklich wahnsinnig schnell erklärt. Es gibt doch nahezu keine offenen Fragen. Eigentlich kann man sich das alles so erschließen. Braucht man nicht mehr nachgucken. Das Spiel lässt sich gut an alle Spieler anpassen. Also ob man das zu zweit spielt, dann wird da eine Regel eingeführt, dass bestimmte Sachen noch neben dem Spielplan liegen. Dass man auch diese Aktionen gut nutzen kann. Dass die Symbole anders verteilt sind und so weiter. Also das Spiel funktioniert, würde ich sagen, wirklich zu allen Spielerzahlen, zwei bis vier Spieler sehr gut. Also der Mechanismus funktioniert jedenfalls. So viel kann man sagen. Allerdings hat das Spiel doch ziemlich seine Macken, wie man dann beim Spielverlauf leider feststellen wird, dass das Ganze doch nicht so viel Spaß macht, wie man erstmal annehmen möchte. Das hat ganz verschiedene Gründe. Zum einen ist das Spiel leider doch überhaupt nicht groß planbar. Das Ganze ist zum größten Teil Glück, denn es hängt stark von den Handkarten ab, die man sieht. Das hätte man sich fast denken können. Gerade diese Aktionen erscheinen sehr, sehr stark. Besonders die, wo man direkt einen Beat sieht und eine Person gleich ausschließen kann. Das ist sehr, sehr mächtig. Auch das Tauschen ist natürlich eine wichtige Sache. Und das gibt es nur sehr, sehr selten. Nur bei dieser Aktion, beziehungsweise am Ende einmal. Das ist viel zu selten, als dass man das wirklich taktisch hier tauschen kann. Auch eine Sache, warum die Taktik hier sehr, sehr kurz kommt. Man kann sehr, sehr selten tauschen. Also was man am Anfang da hinlegt, man muss schon darauf spielen. Und gerade am Anfang durch die Karten passiert ja erstmal irgendwie was. Man kann doch nicht sagen, was sich lohnt. Eine Person wird erstmal irgendwo hingelegt. Ob man dann entsprechend das, die Karte zieht, um hier jetzt genau die Zeugenaussage zu treffen, dass ich den ausschließen kann, um meinen Zielen herzukommen. Das ist so unwahrscheinlich. Je mehr Spieler teilnehmen, desto unwahrscheinlicher wird das natürlich auch. Im Spiel zu zweit werden die Karten auf zwei aufgeteilt, so auf mehrere. Also es ist das Spiel zu zweit taktischer, als zu mehr Spielern. Das ist natürlich schon mal so. Also dadurch hängt es sehr stark von den Karten ab. Auf jeden Fall das schon mal. Bei den Motiven ist das eher so eine kleine Dreingabe. Die werden ganz gerne mal verteilt, sind dann zum Punkt und machen so ganz nett. Entscheiden das aber erstmal, wo lege ich die Person hin und was für eine Aussage treffe ich. Und dann ist natürlich auch sehr, sehr entscheidend, spiele ich die Karte als erstes oder als zweites, warte ich da ab, kann ich das so lange herauszögern mit meinen Handkarten, dass ich nachher die Aktion kriege, um diese sehr starke Aktion zu kriegen. Das möchte man eigentlich immer ganz gerne. Und das hängt stark davon ab, habe ich überhaupt noch eine Karte, die ich mal schnell abschmeißen kann. Habe ich noch eine Motivkarte, eine Alibi-Karte, womit ich mal gerade irgendwas hinlegen kann, was noch nicht ganz so entscheidend ist, erst mal am Anfang, um die Aktionen zu bekommen. Oder ziehe ich eben nur Zeugenaussagen, sodass ich immer eine Vorlage spielen muss, was ich natürlich auch irgendwo taktisch nutzen kann, klar, aber wo ich letztendlich dann nicht die Chance habe, auf die Aktionen zu kommen. Genauso die Lodenbacher-Karte, die einem sofort eine Aktion gibt, ist natürlich dann dementsprechend zu stark. Die gibt es auch nur viermal, die finde ich wesentlich zu stark. Das ist dann natürlich auch dann irgendwo ein Glücksmoment. Das kann man ein bisschen steuern über diese Fettnäckchen, über diese Verpflichtungen, klar. Aber auch das ist nur eine kleine Dreingabe, die dann natürlich gerade bei den Lodenbacher-Aktionen gerne genutzt wird oder gegen Spielende bei bestimmten Sachen. Das ist eine nette Dreingabe, aber ist jetzt auch nicht die Möglichkeit, das Ganze jetzt taktisch bis zum Umfallen zu gestalten. Ja, ansonsten auch am Ende das Aufdecken wird eben hier aufgedeckt, wer es jetzt ist. Das heißt, bei mehreren Verdächtigen kann man nie wirklich jetzt sagen, wer ist es dann. Das ist dann einfach ein Glücksmoment, was aufgedeckt wird. Das ist auch sehr blöd. Das kann man natürlich alles ein bisschen beeinflussen. Wenn man sich das hier ansieht, wird das ja nach unten gelegt. Das heißt, der kommt später dran. Und alle solche Geschichten. Also es gibt schon verschiedene taktische Ideen, die man hier bei diesem Spiel entwickelt. Das ist das nächste Thema, die alle interessant sind. Also ich kann hier drüber mir was überlegen. Ich kann geschickt hier an sich überlegen, wie ich das hinlege, wie ich die Aussage treffen möchte, in welcher Reihenfolge ich das angehe. Was bringt mir das, wenn ich hier einfach meine Frau hinlege? Bestärke ich damit eine Frau oder einen Mann? Da gibt es auch ein paar Spieltipps. Also insgesamt, wenn man dieses Spiel häufiger spielt und sich damit auseinandersetzt, fallen einem schon ein paar Ideen ein, wie man das Spiel schon besser lenken kann, als es einfach nur darauf loszuspielen. Es gibt schon eine Menge taktische Möglichkeiten. Das große Problem dabei eben nur, dass es durch das Glück nahezu nicht machbar ist. Man sitzt da ständig und denkt, das und das würde ich jetzt ganz gerne machen, darauf spiele ich hin. Das wäre ein kluger Zug. Aber man kommt einfach nicht dazu, wenn man die entsprechenden Karten nicht hat. Und das ist einfach sehr ärgerlich. Also nochmal abschließend, eine sehr schöne Spielidee, die auch vom Material völlig in Ordnung umgesetzt ist, die einfach erstmal spannend klingt, wo man dann aber doch merkt, dass es einfach sehr, sehr viel Glück ist und die taktischen Überlegungen, die man anstellt, dass die nicht planbar sind, dass es einfach viel zu wenig Möglichkeiten gibt, hier zu tauschen und die entsprechenden Karten zu ziehen. Da wäre vielleicht ein Versteigermechanismus besser gewesen, der Karten. Aber es ist einfach schwierig zu sagen, was man hätte anders machen müssen, um es besser zu gestalten. Denn das Spiel ist natürlich dadurch auch einfach. Man kann es drauf los spielen. Insgesamt kann man schon sagen, dass es für Chemiefeld interessant sein kann, Leute, die das jetzt gut finden, die sich denken, hey, das klingt spannend, das ist okay, ein bisschen Glück kann ich vertragen, es ist eher so in Richtung Familienspiel, wo man sich auch mal ärgern kann, dann ist das okay. Aber für alle, die jetzt eben hier ein wirklich taktisches Detektivspiel suchen, die sind ja leider falsch, denn das funktioniert einfach in dem Sinne nicht. thematisch aber, wie gesagt, wer den Kluftinger mag, der braucht das wahrscheinlich hier auch. Ich weiß nicht, ob das jetzt, da muss man selber entscheiden, ob das jetzt viel mit dem Spiel zu tun hat. Letztendlich könnte ich mir den Kluftinger auch wegdenken. Es wäre trotzdem genau das gleiche Spiel. Also so viel wird er hier auch nicht wiedergefunden. Vielleicht hat er auch so ein graues Auto, weiß ich nicht. Im Großen und Ganzen nicht unbedingt eine Empfehlung für jedermann, da es sich eben leider doch nicht so gut spielt. Also es hat schon seine Macken, aber ein schöner, netter Versuch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.